Naomi Ma... Aha! Haha! Ja, hier musst du immer sehr aufpassen, dass du nicht dagegen kommst, weil dann wird alles rumfallen. Wir hatten schon mal die Fritteuse hier oben stehen. Hallo Mausies und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Naomi Johnson. See you again! Back in the house. Wir machen heute... Actually, you're in my house. Oh, that's true. I'm in her house. Und wir haben... So gutes Essen hier. Dein sieht viel besser aus als meins. Weil ich das vegane Entchen genommen habe. Hast du das extra genommen? Weil bei mir ist ja gar nichts drin. Bei mir war das schon mit dran. Guck mal, ich hab nur Nudeln und Mais. Ich bin ein bisschen unterschiedlich. Aber dafür haben wir ganz viel anderen tollen Scheißen. Wie so, als ob du das Kind so wieder die Laune besser hast. Ja, ich muss geladen. Guck mal, da haben wir auch noch Ediosa und Lachsa. Ja, wir haben voll die tollen Sachen hier. Wir haben schon tolle Sachen. Wir haben vegan japanisch bestellt. Denn wir reagieren heute auf unser MacBank Q&A. Okay, wir fressen ihr Fragen mit Naomi John von vor sechs Jahren. Ich fühle mich alt. Ich fühle mich so alt. Wir gucken uns das zusammen an. Und bei den Fragen habe ich mir gedacht, stoppen wir. Und je nachdem, ob man was auch heutzutage beantworten kann, beantworten wir heute. Und dann gucken wir, was wir labern. So, es wird ein bisschen ein Cringe-MacBank. So, es wird ein bisschen ein Cringe-MacBank. So, es wird ein bisschen ein Billie Eilish-Video. Kind of, ja. Kind of. Wir sind Billie Eilish. All that you want. It's not the lyrics. Was? All that you want for. Was? Guck mal, riech mal. Riech nach Gyoza. Es ist Gyoza. Wir haben hier japanisches Kimchi. Also es kann auch koreanisch sein, aber weil wir bei einem Japaner bestellt haben, ist es vielleicht japanisch. Und dann haben wir hier. Au! Oh, es ist so delicious. Oh, das sieht alles aus, als ob da so Fisch drauf ist. Aber es ist alles vegan. Es ist alles vegan. Es gab vegan Salmon, vegan Tuna. Wir haben hier O-Fries, die schon lange hätten geöffnet werden sollen. Oh, Scheiße. Die sind jetzt ordentlich fast. Sweet Potato Fries. Und dann haben wir hier unser Riemen. Unser Brühen. Ich probiere jetzt so ein Labberding kurz hier. Süßkartoffeln. Einfach Süßkartoffeln. Ohne viel Schnickschnack. Jetzt ist das eine Süßkartoffel. Kannst du mal die Sojasauce aufmachen? Ach, warum muss ich das für dich machen? Weil sie hat keinen Bock. Die Sojasauce! Ich muss jetzt erstmal diesen Lachs probieren. Das ist veganer Lachs. Okay, man sieht nichts. Weird. Aber gut. Hallo. Ich will ja auch die, wenn du die so liebst. Das Kimchi sieht auch aus wie so eine vegane Alternative. Das schmeckt nicht nach Kimchi. Das schmeckt voll süß. Auf grandioses Throwback. Throwback Tester. Iiiiih. Iiiih. Iiiih. Ich liebe aber jetzt schon, wie wir... Ich hab... Ich hab... Das wär's gar nicht da rein. Ey, was willst du von mir mehr? Alles gut, alles Chili. Hä? Ist wirklich frech. Oh, warm. Mhhh, die Brühe ist übrigens lecky. Das klingt so fake. Nein, ich schwirr. Wirklich. Die ist. Die ist so lecker. Die schmeckt so richtig nach so Pilz. Oh, geil. Ah, uh. Mhhh. Ich hab noch nie so eine gute vegane Brühe gesehen, gegessen, wie die schmeckt. Oh, Marvin. Boah, ist das eine geile Brühe. Die ist auch so ein bisschen so... Hallo. So milchig. Mhhh. Und hab, ich könnte nur diese Brühe jetzt trinken und wär schon satisfied. Das triggert so übel, dass das so voll ist. Und das ist ja auch so voll. Und das ist nicht mehr richtig warm. Und dadurch vermischt es sich irgendwie. So, lass das bloß nicht zurückfloppen. Ich seh das jetzt schon. Ich mach die Zittertechnik. Okay, ich mach mit dir die Zittertechnik, okay? Die muss aber gelehrt sein, ne? Inst...inst...instuitiv. Ey. Zitter. Bitte was? Ach. Instuitiv? Wie heißt das? Intuitiv. Intuitiv. Was ist denn mit dir? Du hast so neulich... Ich hab grad ihr Moonboots für dich zusammengebaut. Ihr Moonboots? Moonboots. Oh. Wow. Hab aber irgendwie tiefere Schimmer erwartet. Oh. So ungefähr hab ich das erwartet. Das ist mein sexy Stühler. Lass jetzt nebenbei das schön hier laufen. Okay. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit. Sorry. Können wir das auch nochmal nennen? Kann ich bitte auf deine Ruh? Ich liebe das, dass wir das als Tischdeckel gemacht haben. Oh. Komm, deck dich zu, mein Schatz. Halleluja meine Lieben und willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute... Ich hasse diese einstudierte Begrüßung. Und... Hast du auch meine einstudierte Begrüßung? Ne... Sag's jetzt ehrlich. Sag's in mein Gesicht. Nein. Oh. Okay. Weil du hast sie tatsächlich nicht. Okay. Also nur bei dir selber? Ja, weil... Meine ist so hyper. Die ist so schnell so. Halleluja meine Lieben und willkommen zurück. Aber die ist so... Deine ist so... Ja, okay. Dann ist es okay. Aber ich liebe diese H-Pape an dir immer noch. Ja, darum wir werden heute einfach mal richtig fressen. Wir haben richtig Bock und wir beantworten dabei eure Fragen. Hä, ich habe irgendwie so eine andere Stimme, oder? Ich kann das so gut, ne? Aber das Mikro... Sorry, warum rede ich denn so? Ich finde irgendwie uns allgemein ein bisschen unangenehm. Es ist ja normal, dass man sich so cringet vor seinem Oats auch so. Mhm. Aber ich rede ja wirklich komisch. Also ich habe so eine komische Art und Weise zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es ist, weil ich nicht gewöhnt bin, Deutsch zu sprechen. Bin ich ja jetzt eigentlich auch nicht. Vielleicht rede ich immer noch so. Ich merke es nicht. Du redest ja auch anders in Deutsch und Englisch. Ja, das stimmt. Aber ich rede doch jetzt auch anders als da. Oder rede ich auch so? Ey, lass uns jetzt kurz mal hören. Du so, stop talking. Also chill, Leute. Chill. Hm. Dieses Jahr ist, wer würde er, wenn es darauf ankommt, den anderen essen? Ist das jetzt schon eine Frage? Das ist eine Frage. Wer würde er, wenn es darauf ankommt, den anderen essen? Was? Ich würde dich auch essen, wenn es nie darauf ankommt. Hm. Was ist denn das für eine random Frage? Nee, kommst du überlegen sechs Jahre zurück. Die Maus war jung. True. Aber was haben wir da geantwortet? Ich wette, wir haben so gesagt, hä? Was? Genau die gleiche Reaktion. Ich finde, nicht, dass du groß anders sprichst. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass ich das nur für mich denke. Ja, weil du nie Videos fand, die in Deutsch siehst vielleicht so. Ja, aber... Ich... Nee, egal. Was ist euer Lieblingsessen, wenn ihr so snacken wollt? Was ist denn du am liebsten? Boah, wie scheiße das aussieht immer, wenn ich einen Schluck hier vornehme. Ich geh so runter und du bist sowieso nur ein Sofa gissen, wenn du das isst. Ich fühl so die Buckel, aber ich so... Okay? Ja, ich konnte es gerade noch so runter schlucken. Ich habe gerade so einen richtigen Happen-Glas-Dings-Ramen-Nudeln da drin gehabt. Ramen, by the way. Ja, ne? Stimmt uns die Ramen aus. Ja, ich liebe schon Ramen, aber ich muss sagen, ist gerade das ein bisschen stressig. Und... Was ist das hier eigentlich? Du darfst gar nichts sagen. Das ist hier mein Haus. Ich darf jetzt auch einmal reden. Was wirst du gesagt haben? Was wirst du geantwortet haben? Ich glaube, weil ich gerade in die Pizza beiße, sage ich... Pizza. Das wäre so mein Humor. Ich glaube, ich habe asiatisch gesagt. Ich habe die euch kennengelernt. Hä? Ich glaube, das hast du nur die Zuschauer gefragt. Was ist euer Lieblingsessen, wenn ihr so snacken? Ja, du hast halt die Follower gefragt. Nicht... Wie ihr so... Meg-Character. Pizza und Frühlingsrollen. Aber guck, du hast gesagt Pizza und Frühlingsrollen. Witz! Oh mein Gott, ich kenne mich so gut. Du bist toll. Boah, ich will nur diese Brühe sauf, mal da. Oh! Ah! Oh! Boah, dieser Lust-Tropfen hier. Boah, finde ich... Pass auf, das ist so... Warum musst du mich immer ansprechen, wenn ich so einen Klumpen-Nudeln runter habe? So einen Klumpen! Das ist ja auch... Die ganze Zeit nur so... Was habe ich im Gesicht? Zu viel. Schatz, wir sind gerade mal zwei Minuten im Video. Ja, aber... Hast basically schon Content für ein ganzes Video. You're welcome. Muck-Bags. Ich muss aber sagen... Ich habe den Fräufer gemacht, also... Wir waren schon süß. Der schmeckt ja gar nicht. Der schmeckt so ein bisschen wie Ente tatsächlich. Aber nicht gut. Und ich mag Ente auch nicht. Okay. So ein Maßstab. Man könnte meinen, wir waren High. Hä? Wir sind doch jetzt nicht groß anders. Was findest du, ist jetzt groß unterschiedlich. Fühlst du dich jetzt erwachsener? Nein. Aber... Weil ich fühle mich eigentlich genauso wie diese Naomi. Ich bin ehrlich, ich fühle mich genauso. Schön zu wissen, dass wir nicht gerade vertreten. Aber das ist... Das hat schon Mut. Wer von euch mag Aioli? Aioli ist immer noch besser. Wer mag denn keinen Aioli? Gibt es selber Aioli mit? Gibt keinen. Meinst du? Ja. Gibt keinen auf dieser Welt. Aber ich kriege Krabbe vorbei! Aaaaah! Diese Decke aus Essen auch. Das war, weil ich noch kein Bett hatte. Das war eigentlich schon ein Iconic-Ass-Setup. Das war ja nicht mal die Decke, das war die Matratze, die wir in den Fischungs hatten. So eine Fleischkasse hier. Da hast du dir so Hähnchenkeulen bestellt. Wo? So Hähnchenfüße oder so. Hähnchenfüße oder so. Ja, doch. Safe. Was war das denn? So zum dran knabbern. Okay. Bei Domino's Hähnchenfüße. Ja, was waren das sonst? Die Schenkel? Die Schenkel, ja. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Was ist euer größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist noch... Was ist los? Du, so stopp, stopp, Abbruch, Abbruch. Ja, was ist dein größter Traum? Als ob du nicht weißt, was mein größter Traum ist. Aber ich will wissen, ob du es da schon gesagt hast. Achso, was ich da sage? Nee, du sollst sagen, was jetzt dein größter Traum ist, sondern was du da gesagt hast. Hä? Nein. Wir vergleichen das. Okay, ich will aber, dass du jetzt sagst, was jetzt mein größter Traum ist. Wie gut kennst du mich? Dein größter Traum ist, dass du von deiner Musik... Nein. ...nehmen kannst. Achso, doch. Es kam irgendwie so schnell. Ich war schon ready to say no. Ja, aber ich will wissen auch, ob du das damals auch gesagt hast. Nein. Habe ich nicht. Da habe ich mich noch nicht so getraut, das so public zu machen, weil ich Angst hatte, dass es so... Ich habe da auch gestern mit Oskar darüber gesprochen gehabt. Ich erinnere mich noch, als er so ein bisschen gezweifelt hat und jetzt bringt er einfach bald sein Album raus und er hat mir gestern so diese Songs vorgespielt und ich dachte mir so, wow, einfach krass. Ich bin auch bei meinen Album raus. Not to make it about me or anything, but... Ja, wann denn? Das habe ich ja noch nicht public gemacht. Wow. Also es dauert noch ein bisschen, aber ich muss auch noch übelst viel planen. Aber es ist fertig. Die Songs auch schon? Auch vermastert und so? Ja. Letztendlich erstens, man ist sich selbst der größte Kritiker. Zweitens, gerade was Singen und Musik angeht, wenn man dann noch nicht so confident ist, dann ist man einfach lieber bescheiden, als dass man zu... Man ist auch so intim. Voll, ja, Musik erst recht. Also Musik ist so intim. Das ist das Wort zum Sonntag. Ich liebe für immer gesund bleiben. Oder? Ich finde, Gesundheit ist so das Allerwichtigste und Allerwertvollste. I mean, that's a fact, Bo. Du das jetzt noch mehr schätzt, weil du ja auch gesundheitlich ein bisschen issues hattest. Schien du damals schon? Also ich würde immer noch sagen, mein größter Traum würde ich sagen, ist einfach so ein schönes Zuhause haben, nicht im Alltag so einfach auf so Dinge konzentrieren können, wie Malen, Tanzen, Musik, so welche Dinge. Finanziell unabhängig sein und einfach so, einfach nur zu weiben. Okay, finanziell unabhängig sein. Oder weiben. Mit dem. Mit Sein. Und was sagst du jetzt? Was dein größter Traum ist da? Was sie da gesagt hat? Mhm. Ich glaube sie hat verarscht. Sie hat irgendwas verarscht. Aber ich finde, das merkt man immer erst, wenn man es nicht mehr hat so. Weißt du immer, wenn man krank ist, denkt man sich so einfach wie geil war es gesund zu sein. Das schätzt man immer nicht, wenn man gesund ist. Okay, sie beantwortet es gar nicht. Wen hast du eigentlich vor, mal auszuwandern und stehst du gerade auf die Hand oder bist verliebt? Ja, ich habe immer vor, auszuwandern. Nächste Frage. Oh. Ich bin ausgewandert, weil ich wusste das da noch gar nicht. Und das bist du verliebt mit. Nächste Frage. Weil es auch einfach nicht wahr. Warum haben wir es nicht einfach beantwortet? Papier actually. Eigentlich bin ich nie verliebt. Nächste Frage. Danke. Du stehst auf jemanden oder passt auf mich? Nö. Siehste? Nur du. Boah, ich kenne die Grenze. Ich auch. Wie haben du und Maren euch kennengelernt? Musical.ly. Musical.ly. Ich kann das bis heute nicht glauben. Genau von diesem Tag, das Musical.ly. Mit den 7 Millionen aufrufen und den 1 Millionen Likes. Das war der Song. Get hard, get deep, get up. Tim. 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 So nicey. Wipey. Haters wanna fight me. 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 Ich erinnere mich noch an so ein Musical.ly von dir damals. Von dem war ich auch so voll beeindruckt. Und das war, wo du so Galaxy Make-up gemacht hast. Mhm. Ich dachte nur an den Augen oder so? Mhm. Ja genau. Ich hab's noch ganz genau vor Augen. Wow. Boah. Scheiße. Ich dachte mal wie sie durchzieht. Still the same girl. Nothing fucking changed. No. Nothing changed. Weißt du was geil wäre? Was würdest du davon halten, wenn Naomi dich eine WG zieht? Oh Gott. Oh Gott. Das wäre iconic gewesen. Aber du bist hierher gezogen als ich weggezogen. Ich weiß nicht ob das iconic gewesen wäre. Actually. Warte. Ich glaub damals wär's wirklich so einfach Fun-Teenator-Zeit. So heute sind wir einfach schon zu erwachsen. Cool so zum abhängen. Aber es wäre nicht so iconic wieder. Aber ich hab ja auch gemerkt ich brauch so viel Zeit für mich alleine wo ich niemandem begegne. Ich weiß auch nicht wie ich's bis heute mit Vincent mache. Weil ich bin genau so ne Person. Zusammenziehen und ähm. Per Chemie-Vikulier. Kommentiert. Sorry es muss raus. Es muss raus. Ich krieg schon ein paar Schmerzen. Rausgekauft. Mach mal Daumen ab und schreib mal in die Kommentare. Oh. Öffne dein Blick. Oh. Öffne dein Blick. Öffne dein Blick. Hat das. Alka. Oh. Oh. Der Smoothie zum Löffel. Mmh. Nur so ich will stilvoll sein. Also ich muss sagen das Video ist echt zäh anzugucken. Wie findest du dein Make-up? Ich weiß nicht ob alle von deinen Followern. Erstlich. Wirklich jetzt? Ja. Guck doch diese Augenbraue an. Was ist das da für ein abfallender Bogen. Was soll ich abrasieren? Ja. Not the Shaming für die Augenbraue. Ja. Aber guck mal du hast dann ja auch nicht abrasiert und es geht jetzt. Okay das ist auch Facelifterbar. Also das hätte man ja schon ein bisschen anders machen können. Und diese matten Lippen. Magst du dein Make-up? Mmh. Ja. Für die Zeit. Du siehst aus wie James Charles. Wie aber heute aus. Actually true. Irgendwie schon. Ich find ich seh da schon gut aus. Okay. Selbstverlieb. Was wolltest du immer werden? Ähm. Wolltest du noch was du immer werden wolltest? Ich wollte erst Motto-Designer werden, dann wollte ich Tänzer werden. Und du? Ich glaub ich sag Mediengestalter, aber nur weil ich da gerade die Ausbildung gemacht habe. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Eigentlich wollte ich immer Sailor Moon werden. Also ganz ehrlich jetzt. ¿Aohh? Ahaha! Sailor Moon didididididQU Komm du hast die Macht & Elamogen fliegt durch Raum und Zeit Sorry. Sorry. Das Album könnt ihr jetzt pre-safen. Hast du diese billige Abkünsche über den Piisch geguckt? Ja. Gegenbogen-Lippenstift der Liebe. Gegenbogen-Lippenstift. Ja, aber mein Liebling. Meine Augen. Boah, die war so cool und dann dieses lange Dicken. Natürlich. Wow, das ist eine Latsche. Wow, wirklich, das ist eine Latsche. Aber ich denke, ich war... Alter, was ist denn? Dann isst du diese Wesbenteile da. Ja, wow. Boah, ich war so dünn. Aber das sieht man ja auch in meinem Gesicht. Das ist ja so snatched smooth. Ich glaube, deswegen sieht es auch aus wie Jabs Schwarz, weil der hat ja auch so ein Gesicht, so ein langes... Boah, die Mädel, mach deinen Mund zu mit dem Essen drin. Soll ich diesen Nachtisch an diesen russischen? Guck mal, wie es ist. Und... Okay. Das ist ein Walnuss-Mürbel-Teig-Gebäck mit 40% Karamell-Creme-Füllung. Sagst du Walnuss? Walnuss. Sag immer Walnuss. Ist da Wal drin oder was? Ja. Hat die Diana gebacken? Nee, die hat sie gekauft. Aber die sind jetzt halt schon ein bisschen alt. Die sind halt eigentlich so chewy. Schmeckt nach Karamell? Mhm. Ist eine Karamell-Dusse drin. Ach, und Walnuss eine Form hat wie eine Walnuss. Ah! Jetzt hab ich das auch mal verstanden. Da schmeckt ja nie mehr auf Einde. Ah! 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 Warte, ich will mal deine Nachtlache nachmachen. Ah! 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 Nee, gar nicht. War schon so. So eine Ente. Oh! Ich hab drünstlich geguckt. Du hattest die Erleuchtung. Oh! Yes, Lex! Jetzt kommt die Sojasauce. Jetzt, ich spür's schon. Die so... Oh! Du bist traumatisiert. Wir sind so messy. Ja, aber... Sorry, aber... Guck dir diesen Tisch an. Wir haben jetzt nur einen Tisch instead of a Matratze. Also das ist der einzige Upgrade. Ich hab gar nicht den Seetang-Salat gegessen, weil du ihn ja so hingedinkst. Willst du Augenstück? Nee, ich mag es eigentlich nicht so. Außer du sagst, er ist gut. Das ist ganz schrecklich, wenn ich an deiner Stelle nicht esse. So convincing. Thanks for warning me. Such a nice lady. Nervigste Eigenschaft des jeweils anderen. Ja, bitte? Also soll ich jetzt sagen, was ich da gesagt hab? Oder was ich jetzt sagen würde? Nee, was du jetzt am nervigsten findest. Dann kannst du auch sagen, was du da gesagt hast. Mir fällt das nervigste an dir ein, aber nicht deine Charaktereigenschaft. Was? Das wäre? Der Deo. Naomi ist die einzige Person, die ich kenne, die wirklich mein Deo hasst. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich weiß es nicht. Jeder mag mein Deo. Ich hab da eine Duftstoffallergie und ich benutze mein Deo als Parfum quasi. Und alle nehmen das auch immer so auf. Was hast du für ein Parfüm drauf? Aber ich glaub, es ist halt, weil du halt zwei Wochen bei mir gewohnt hast. Und das dann immer sehr exzessiv drauf gemacht hast, weil du schon gesagt hast, du nimmst das als Parfüm. Und ich bin halt sehr geruchsempfindlich in general. Ja, du bist sehr geruchsempfindlich. Also ich mag das auch nicht, wenn Vincent hier irgendwie sein Wäschespray irgendwie sprüht oder sowas. Ich glaub, it's just me, aber das ist wirklich mein Personal Trauma. Aber ich hab das Gefühl, es ist eine Sheet-Antwort, weil es nur dein Deo ist und nicht dann irgendwas an dir... Ich find nervig, dass du halt manchmal einfach nicht mehr antwortest. Bist manchmal wirklich einfach dann weg. Wirklich? Ja. Ein bisschen nervig. Aber ich nehm's dir nicht krumm, aber dann weiß ich gleichzeitig, this bitch is busy und dann, ja. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich bin sauer. Also ich weiß, dass ich jetzt nicht die beste Texterin bin, aber ich denk mir immer so, hä, it could be worse. It could be worse. Nein, es könnte auch schlecht schlimmer sein. Also bin ich die Schlimmste? Nee. Nein, gar nicht. Sometimes schreiben wir dann auf einmal Gespräch vorbei und danach nach zwei Wochen reden wir über irgendwas anderes. Und oben ist noch so eine offene Unterhaltung gefühlt. Hm, ja. Wollen wir schauen, was wir da geantwortet haben? Okay. Nein, oder geht das jetzt für dieses Wochenende? Weil ich würde sagen, generell ist... Ich weiß ganz genau, was aber es kann ich eigentlich... Wir haben uns doch eh nicht getraut. Sag einfach. Du weißt es aber auch genau. Ich weiß gar nicht, ich finde es auch, es ist nervig. Aber nur dieses Wochenende. Aber du hast da glaube ich viel gefurzt. Ich glaube, du hast... Meinst du? Nein, 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 nein. Du hast da irgendwas mit einem Typen. Du hast halt einfach so die ganze Zeit worrying about it. Irgendwie sowas. Wie, ich so von... Du hattest Blähungen da hingekommen. Ich so... Okay, I guess. Was ist das eigentlich für ein Quadratkopf? Dieser Knick in meiner Hand. Das ist wie jetzt mit meinem Hut. Ja, ich bin einfach eckig. Ja, wenn ich getraut, was zu sagen, hä? Dass ihre Füße immer ans Vorschläge. Manchmal. Honestly? Honestly? That was past me. Maybe also a little bit present me. Aber only a little bit. It's not that bad. Kannst du es immer noch? Of course. Du kannst es voll immer noch nicht. Dreh mal. Ja, oh! Ich verstehe nicht vor allem die Arme so. Ich nicht verstehe, wie das geht. Ich würde sagen, es war ein super Q&A. Ganz trott. Haben wir zweieinhalb Fragen beantwortet eigentlich. Es war sowas von kein Q&A. Es ist auch auf jeden Fall traurig. Ganz kurz nochmal. Ich muss nochmal kurz schauen. Deine Lashes. Es sieht so aus, als ob die einfach viel zu schwer sind. Du guckst die ganze Zeit so. Du kannst die Augen nicht auf. Vergesst nicht, bei der Homie vorbeizuschauen. Das Video ist komplett scheiße. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Oh, man labert auch einfach so viel. Haben heutzutage gar keine Zeit mehr für. Guck mal, diese Stinkgefüße sind. Boah, kein Wunder, dass die gerochen haben. Wirklich. Das ist sogar ein Loch in der Socke. Siehst du das? Hihiiii. Machen wir Jugendliche, Entschuldigung? Ja. Eins und zwei. Oh, meine Aussicht. Well, ja, das war doch... Das war wundervoll. Es war schön mit dir in die Vergangenheit zu schauen. Möchtest du noch sehen? No. Nie. Tschau, ihr süßen Mäuse. Macht's gut. Da haben sie nach oben nicht vergessen. Und das Abo. Wer räumt das jetzt hier auf? Niemand. Vincent. chị in die Vergangenheit zu sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal.